Ich möchte Ihnen die App Reise und Geld des Bankenverbandes vorstellen. Mit dieser App sind Sie unterwegs in puncto Finanzen immer auf der richtigen Seite. Reise und Geld für iPhone und Android Smartphones verbindet Währungsrechner, Verbrauchertipps und wichtige Notfallhilfen. Die App ist kostenlos im iTunes und Google Play Store verfügbar und intuitiv zu bedienen. Die meistgenutzte Funktion ist der Rechner für mehr als 160 Währungen. Sie können Euro in Dollar umrechnen, aber auch beispielsweise britisches Pfund in Yen. Die Wechselkurse aktualisieren sich im Online-Modus in Echtzeit bei jedem Aufruf. Der Rechner funktioniert natürlich auch offline, wenn Sie Roaming-Gebühren sparen wollen. Dann mit den zuletzt online abgerufenen Daten. Über eigene Kurse können Sie zudem den individuellen Kurs Ihrer Bank oder Wechselstube zur Umrechnung verwenden. Hilfe in der Not gibt es im Tab SOS. Hier finden Sie Kreditkarten, Girocard und Reiseschecksperrnummern und können Sie direkt aus der App heraus anrufen. Eigene Sperrnummern lassen sich ebenfalls leicht eingeben. Sinnvolle Orientierung für Auslandsreisen bietet Ihnen das Tab Vergleich. Hier haben wir Preise für gängige Waren und Leistungen in mehr als 70 Ländern zusammengestellt. Wie viel kostet ein Kaffee in Peking, eine Hängematte in Costa Rica oder ein Smirrebröt in Kopenhagen? Letzteres bekommen Sie übrigens für umgerechnet 5 Euro. Zudem hilft die App, im Ausland die richtigen Zahlungsmittel parat zu haben. Kreditkarte oder Girocard, Bargeld oder Reiseschecks. Im Tab Tipps erklären wir Pro und Contra. Viel Spaß unterwegs mit der neuen App Reise und Geld. Und wenn es Ihnen gefällt, schenken Sie uns bitte eine positive Bewertung im App Store.